Hallo zusammen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück im Pfadfinderlager bei The Forest. Der gute Brilli ist auch wieder mit dabei und der Mähne. Moin, moin und hallo! So, die Sonne bricht sich ihren Weg durch die Baumwipfel, wie ihr hier wunderschön erkennen könnt. Der halbe Mann hängt zum Reifen da und wir wurden letzte Nacht angegriffen. Mal gerade ein Lagerfeuer bauen. Ich habe hier voll viel so kleines Miet, was wir mal braten könnten. Ja, mach mal, das ist gut. Hat hier mal noch ein paar Sachen dabei? Ja, ja. Ich brauche auch noch ein paar Sticks und noch zwei Steine. Sticks fehlen noch, ja. Ja, wo sind die Sticks da hinten? Sticks in Stones gonna break your bones, oder so. Ich kann ja mal gucken, ob es hier was zu futtern gibt, ob hier irgendwie... Also wie gesagt, ich habe für alle eigentlich noch genug. Also ich habe richtig viel... Aber sonst war ja in den Lagern immer irgendwo ein Eingang in die Höhle. Meistens. Ja, jetzt lass uns doch erstmal uns um das leibliche Wohl sorgen und dann suchen wir weiter. Ist blöd, am Morgen sieht man ja mal nicht ins... Was, den Eingang? Ja. Cool. So, hier, wo war das Lagerfeuer? Ja. Ist ready. So, ich haue jetzt mal hier für alle was drauf. Okay. Erstmal richtig anmachen hier den ganzen Mibbel. Halt's mal an, Bruder. So, ich habe nämlich hier noch irgendwas Fleischiges. So, hier. Äh. Ah. Leashed alle drauf. So. Alles, was ich habe, vier Fleische. Könnt ihr euch... Kroko-Fleisch, wa? Ja, das ist, glaube ich, das Zeug. Aber, ne, also wie gesagt, aus Krokos kommt Lizardskin. Ich glaube, dann zwei pro Kroko. Ja, ja, ich habe mir da... Ich müsste ja ein bisschen Rüstung an mir dran haben, ne, wenn ihr mich mal anschaut. Du bist voller Blut, du müsstest barbaden gehen. Ah, barbaden. So. Okay, dann gehe ich mal barbaden. Aua. Warum haust du mich? Du hast dich geduckt. So, das Essen ist fertig. Habe ich nicht geduckt. Duck dich gleich mal. Das kann man aber nur essen, ne? Warte mal, ne, halt, ich will mich kurz baden gehen. Hier ist nämlich noch ein See hinter unserer Hütte. Das kann man aber nur essen, ne? Ja, ja, das kannst du... Man kann das nicht mitnehmen. Ne, kannst du nur mit Rite. Okay. Das ist eigentlich blöd. Ja. Deswegen muss man es halt abhängen dann in der Basis, damit man es transportieren kann für später. Leute, ich habe den Eingang gefunden. Wie gut bin ich denn? Du Poser, du. Wo? Ja, weiß ich nicht. Wo hast du denn gefunden? Ja, du kleine Liegenratte, ey. Komm mal mit. Ich habe da schon einen Hammer platziert, dass man es findet. Ach, da hinten. Wir haben bald so viele Hämmer hier in dieser Welt, dass wir überhaupt nichts mehr finden. Dass wir nicht mehr wissen, wo was ist. Au, mein Ohr. Was war? Ja. Ah, okay. Dann zwängen wir uns da mal durch. Alter, ich sehe meinen Bart oder deinen. Ich weiß es nicht. Jetzt hat er gerade wieder irgendwas rumgescribbelt in seiner To-Do-Liste. Ja, ja. Bla, bla. Guck ich nicht mehr drauf. Das frustriert mich nur. Geil. Hier hängen ganz viele Leichen ab jetzt. Oh, Geld! Das ist das, wofür ich hier bin, Leute. Ich gebe es ganz offen zu. Die Chasen Cave. Explore Chasen Cave. Alter, die sind nackig. Wo fällt denen bitte das Geld raus? Was ist los? Boah, ist das eh cool. Wir haben hier kein Geld. Doch, die haben überall Münzen. Hier kommen jetzt die Gedärme. Okay, hier geht es runter. Voll da, Jebel. Hier geht es runter. Hat jemand noch eine Flair? Ich habe gar keine mehr. Ja, ja. Flairs habe ich noch. Aber wir sind doch bestimmt wieder so eine widerlichen Arschlöcher unterwegs, ey. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock hier auf die Höhle. Warum habe ich nichts mehr? Ich habe keine Flairs. Ich habe jetzt auch keine Flairgun mehr. Ich habe gar nichts einfach. Geht hier rein wie der Dachdecker, ey. Ja, wir werden einfach liegen jetzt. Warte mal, ich baue uns noch so ein Dings hier. Da hat doch irgendwas gelacht. Hier, I made a torch. Was ist los da unten? Ich gehe mal vor. Ja, mach mal. Wenn du nichts mehr hast, dann bist du ja... Sei unser Scout. Also es sind auf jeden Fall ganz... Also so normale Gegner sind da unten. Wah, ich bin ja schon. Ja, da stehen sie ja schon. Es ist ja nicht weit. Nicht normale, der eine ist groß. Ich kann das Ding hier nicht greifen. Alter, ich sehe hier erstmal ehrlich. Habt ihr noch Dynamit oder so? Weil der eine ist total langsam. Ich habe eine Flairgun. Ich weiß nicht, ob die was bringt. Die macht glaube ich kein Damage. Einer ist down. Macht die Damage? I, Pui Daibel. Ja, die macht Damage. Einer ist down. Kommt hier, oder? Ja. Ich habe halt nur noch einen Nahkamm. Oh nein, da ist so ein Riesenvieh. Ja, ich sage doch, hier ist ein Riesenvieh. Der brennt. Ich habe ihn erwischt. Ja, ja, gut. Sauber. Der brennt aber nicht lange. Zwei Axtiebe. Der brennt wieder. Warum mit dieser Axt ist man viel zu lahm, ey? Ich muss mal gerade die Waffe wechseln. Motorsäge. Schmeißt einer mal die Motorsäge an. Stimmt, die Motorsäge. Das ist eine gute Idee. Er ist down. Er ist schon down. Ich habe ihn mit Pfeil und Bogen gemacht. Ich habe ihn mit Pfeil und Bogen gemacht. Hast du mit Pfeil und Bogen gemacht? Das ist toll. Ja. Danke übrigens für den Tipp für die Kettensäge. Den haben wir ja auch noch. Ja bitte, kein Ding. Du bist ein Arsch, ey. So wie du die Höhling. Ach, was ist denn hier? Gucken wir mal. Schon zu Ende? Nein, da geht's durch! Na, damit rechnet ihr nicht, ihr Idioten, oder? Vorsicht, da kommt eine riesen Höhle da. Alter. Wer gollumt denn hier schon wieder so rum? Hier ist die Seile. Hier ist, hier gibt es ein Seil, ja. Hier gibt es ein Seil. Warte mal, hier ist irgendwas zum angucken. Wieder so Kinderspielzeug oder so. Hä? Was ist das? Hier, von seinem Spielzeug wieder ein Teil, ne? Aber lass jetzt mal hier erstmal oben bleiben und alles erkunden, ehe wir jetzt da runterladen. Stimmt. Hier ist gar nichts, oder? Sag das. Rennt er mit der Motorsäge rum. Ja, sicher. Knatter, knatter, knatter. Nur so will ich mich hier einigermaßen. Ey, Brink, ich lass mal schleichen, okay. Auf die Dauer, Zweitakt Power. Mach mal auf. Hier gibt es Getränke, Getränke. Ah, cool. Das ist perfekt. Warum macht ihr die Kiste eigentlich nicht auf? Oh, hier gibt es jetzt Kisten. Endlich Kisten. Ah! Was hat mir der mitgemacht? Was hat mir der mitgemacht? Das sind ja diese Kinderfiecher hier. Boah, ich dachte, das wäre eine Fledermaus, Alter. Ne, das waren diese Kinderfiecher. Hat jemand, hat jemand super, ich, äh, noch Medis? Medi? Kommt noch eins. Kommt noch so ein Kind? Ja. Boah, da war aber voll viel Stoff drin. Das waren so, ja, das sind so Kleider. Kleider, äh. Da ist er. Ich brauch Medis, Alter, ich brauch Medis. Das sind doch hier voll die teuren Koffer, oder? Ey, nur Kloch drin, ey. Nur BHs, Unterhosen. Louis Vuitton. Kloch ist doch gut. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Warte mal, ich brauch mir dann jetzt mal noch so eine Fackel, oder was? Hier sind noch Kisten, ihr Kinders. Und die Kisten sind leider leer. Ja, hier gibt's noch Seil zweimal. Ja, kann ich nicht tragen, hab schon zu viel Seil. Oh, hier waren Flares. Dynamit, äh. Nix Flares. Dynamite. Dynamite. Ah, nee, Flares sind auch Flares. Wo seid ihr? Hier. Das brauch ich doch alles. Warum liegt ihr nicht zu mich? Hier geht's übrigens hoch. Hier liegt nichts zu mich. Keine Flares, nix. Hey, guck mal, hier können wir mit unserer Spezialhacke runter. Boah, ich könnte schon wieder ausrasten. Noch ein paar Flares. Was ist denn? Ich will auch Dynamit. Wo ist Dynamit? Kann auch sein, dass es nur Flares waren, was weiß ich. Ja, kann sein, weiß ich nicht mehr. Und vor allen Dingen brauch ich Medis. Medis gab's hier nicht. Hat jemand noch Medis über? Nein. Wirklich nicht. Warte mal, hier. Combine muss ich da machen, ne? Ich hab, aber dafür hab ich 4000. 4000, 4000, 166 Points. Wie mach ich das? Was willst du denn machen? Du musst die einfach da dran hacken. Ne, wie mach ich denn die Medis in die Schale, um sie dir zu geben? Ja, warte. Ich guck hier noch gerade. Hier ist aber, glaub ich, nix. In die Schale legen und dann die Schale equipen, quasi. Wie die, ähm, die andere Items. Geht das jetzt? Kannst du was rausnehmen? Warte. I will see. Ne, da ist nix drin. Du musst die erst kombinen, die Schale mit den Medis. Und dann nimmst du die Schale. Ah, jetzt. Alles klar. Hier? Ja. Warte. Yeah. Danke dir, mein lieber Mene. Du hast was mitgebracht. Jetzt ist wieder der liebe Mene. Pass auf, du. So, dann hacken wir uns hier nochmal dran da. Warte mal da. Also, ihr seht, ne? Man braucht, man muss, man muss so ein E erscheinen, damit man das Ding benutzen kann. Dann kann ich einfach den Grader runter. Ach so, okay. Jetzt seid ihr runtergegangen, ne? Hier gibt's wieder ein Foto zum Angucken. Weißt du, da hätten sie auch mal besser alles dokumentieren sollen. Weißt du, da hätt ich auch Bock, mir die Fotos anzugucken. Aber ich finde, so ist das einfach nur schlecht. Ja. Dass das alles immer resettet ist und... Bäh. Bessere Story noch drum spannen, damit man auch die Sachen mal durchliest. Ja, vor allen Dingen alles ein bisschen konsistenter so vom Ablauf her. Hm. Oder heißt das dann persistent? Sexuell. Ach so. Das versteht jeder. Okay, ja, klar. Sexuell ausgelastet. Aber... Der Mene ist ja heute auf der sexuellen Schiene. Ah, der ist noch so ein großer. Kommt mal, ich hab Angst alleine. Ja, ja. Komm schon. Da am Ausgang. Der... Dacht nicht, ihr seht den Ausgang nicht. Warte mal, hier geht's auch noch weiter, ne? Da hinten gibt's ein Zelt, aber wo der dicke steht. Ja, gehen wir gleich hin. Aber können wir mal gucken, was hier noch ist. Boah, Alter, die Wasserfälle sind immer so scheiße laut. Ja. Geht's noch weiter runter. Warte mal ne Flair runterschmeißen. Zeichnet der jetzt eigentlich bei der Map irgendwas auf? Ja. Boah, Alter. Da ist kein Seil. Doch, da hinten ist das Seil. Doch, das Seil ist da hinten. Da müssen wir rüber. Wir müssen rüber zu dem Dicken. Ja gut, dann gehen wir rüber zu dem Dicken. Ja, wo ist das Ding? Da hat er schon den Motorsteiger ausgepackt. Du hast nur am anderen Ende der Höhle. Ja warte, dann packe ich meine auch. Alter, was haben die denn mit denen hier gemacht? Die haben Tennisbälle in die Reihen operiert. Au! Ich habe den Tennisball auf dem geworfen. Ich bin fast tot. Du hast sie in zwei Hälften. Was machst du denn da oben, die Feige? Covered im Blatt. Low Health. Ich schmeiß dir jetzt mal den Ball an den Kopf. Aua! Ey! Das hat wehgetan. Die ist voll auf mich drauf gejumped. Da kommen noch mehr, ne? Da kommen noch mehr. Ja. Ich schnapp dir mal Pfeil und Bogen. Ich kann halt nicht wirklich mehr arbeiten jetzt. Aua, aua, aua. Ich bin down. Aua, 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 aua. Die, die Große ist kaputt. Die Große ist kaputt. What the fuck? Ich bin tot. Ich bin, ich bin tot tot. Tot tot? Wie? Ja, ich bin wieder am Flugzeug. Oh. Wahrscheinlich, weil ich zu dir gekommen bin und sie dann weitergekämpft haben oder so. Na, ich schaff' keinen. Also ich hatte halt diese Animation von einem Typen, der mich aufgefressen hat, ne? Ach man, so'n Fuck. Das ist natürlich blöd. Hier ist mal richtig assi. Da haben wir erstmal beide wieder einen. Hier ist noch einer, ne? Ganz lebig. Ja, ich weiß. Wo ist der denn hin? Doch, da ist er. Der rennt immer wieder weg. Dann holen wir jetzt Zwiebel erstmal, oder? Oder kommst du hier her, Zwiebel? Na, ich wollte jetzt hier mal... Du musst ja eh deine Sachen holen hier. Ja, ich weiß aber. Ich hab halt nix mehr zu essen. Ich könnte jetzt hier was zu essen organisieren oder so. Dass ihr zurückkommt, wir munitionieren euch auf und dann gehen wir da wieder hin. Ich weiß halt nicht, sind deine Sachen jetzt unendlich lange hier? Keine Ahnung. Glaubt nicht. Wenn wir unterwegs nochmal sterben, auf jeden Fall nicht. Dann nicht, nein. Alter, warum baust du diese scheiß Falle nicht auf? Ach, weil er einen Stick dafür braucht. Alles klar. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hab ich ihn? Ne, hinter dir. Komm einfach hier hin jetzt, Zwiebel. Okay. Ich hab aber nix zu fressen dabei. Also doch, ich hab ein bisschen was aufgehoben. Du hast doch einen Flieger, oder ist das auch wieder leer? Was hab ich? Im Flieger. War da nix? Im Flieger ist eigentlich schon was. Ja, doch, doch. Da ist ein bisschen was. Ja, doch, doch. Und Medis müsste da auch sein. Kannst du uns mitbringen. Äh, ja. Da ist noch einer. Ja, ja. Haha. Komm her, du. Du Nackendai, du. Na, was machst du da oben? Hast dich festgebackt? Hm, sieht's aus. Dann lass mal Zwiebel. Wir bleiben hier, damit der Zwiebel uns auch findet. Okay. Okay. Ich hab aber keinen Plan mehr, wo der Eingang war. Ich hab ein echt beschissenes... Hast du die Map nicht? Ach nee, die Map ist weg, ne? Wenn du aufstürbst. Warte, ich guck mal auf die Garde. Ja, auf jeden Fall in der Nähe von uns. Wir sind nach unten und so weit ja nicht... Also, pass auf, ich bin jetzt hier direkt am Krater, weil der Krater war ja eigentlich auch nicht so weit weg von unserer Behausung. Nee, dann rüber da, wo wir hin sind, zu diesem Dorf. Ich seh, ich seh, ich seh dich ja auch im... Ach scheiß, jetzt rennen die hier schon wieder lang, die Pissnelken, ey. Komm ab, Alter. Sollen wir jemandem entgegen gehen? Oder was machen wir jetzt? Äh. Äh. Auch mir egal. Oh, aber... Die Uhren? Na, da kannst du doch die Bomben mitbauen. Na, wie gebraucht. Wo war der Eingang? Der war doch da hinten irgendwo, ne? Bei diesem Dorf ein Stück weiter. In dem Dorf da, ja, genau. Genau, an dem Dorf ein Stück weiter an diesem... Da, wo der Hammer ist. Genau, da hab ich ja extra diesen Hammer platziert. Aber ich kann hier nicht schwimmen. Ey, ich glaube, Leute, ich glaube, ich hab hier einen Eingang gefunden, der in den Dings runtergeht. Okay. Aber deine Leichter hier musst du trotzdem erstmal holen. Ich weiß, ich weiß. Ich baue hier aber mal was hin. Parkiert jetzt mal. Alter, ich stehe halt unter einem Wasserfall, wirklich. Und es steht immer noch covered in Blood. Wash. Ja, Mann. Du, ich hab den Eingang gefunden, glaube ich. Ja, ist doch nice. Ja, jetzt komme ich erstmal rüber ins... Da zu dem Hammer. Wir müssen aber eh auf dich warden. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich sehe deine Leichter hier nicht, ne? Ja, das liegt, glaube ich, nur eher... Ach so. Ja. Guck mal kurz, was hier hinten ist. Oh, fuck, Alter. Die Typen sind mir echt hinten... Sind mir echt auf dem Fersen. Ich hab keine Lust, mich umzudrehen. Ich hab... Gerd voll... Blauweibersen. Ja, ja. So, ich bin in der Höhle drin. In der Ruckelhöhle des Grauens. So. Oh, hier hinten liegen Medis dann. Wo? Hier hinten, wo es weitergeht. Ja, weißt du übrigens, was mir gerade einfällt? Ich bin gespannt... ...ob ich überhaupt da runterkomme. Hier liegt übrigens Benzin. Und wenn ihr voll seid... ... ähm... ... könnt ihr mal eure Dings auftanken. Ah, aufgetankt und wieder eingesammelt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da überhaupt runterkomme. Weil du den Haken nicht hast. Weil ich den Hammer nicht habe. Aber wir sind doch gar nicht... Ach doch, wir sind... ... so weit warst du nicht. Aber das war ja nicht so hohe Etagen. Kannst du mal runterhüpfen. Ja. Hast du die Medis gefunden, Brilli? Nee, noch nicht. Ich muss mal die Lichter nehmen. Na hier bei der Leiche. Bei der Leiche. Ja, aber noch ein wenig. Genau, wo ich stehe. Medis. Oh ja, geil, ey. Ich krieg zu viel. Aber hier... ... hier geht's nicht weiter. Oh, noch vier Stück. Alter, du blöder Tennisball. Verpiss dich von mir. Ihr wisst, dass die Fackeln länger halten, wenn ihr mehr Stoff rumwickelt, ne? Ja. Hier ist rote Farbe. Ich hab hier irgendwas gefunden mit roter Farbe und irgendeiner komischen Restraining Order. Ja, rote Farbe hatten wir auch schon heute, ja? Hermene? Ja? Lass mal gerade hier hinten hingehen, weil von hier kommen wir ja auch nicht dahin. Dieses Seil. Ich bin ja nur hier wegen Zwiebel. Ja, wartet. Ich bin, ich bin, ich bin, glaube ich jetzt schon über euch. Ich hab euch. Ja, aber dann bist du ja an dem Seil, was wir hier sehen. Ja. Hast du einen anderen Eingang rein, oder was? Nein, nein. Das ist das, das ist das Seil, was wir von oben gesehen haben. Und dann sind wir doch außen rumgelaufen. Aber Zwiebel, du kommst jetzt nicht zu deiner Leiche, wenn du das Seil runter gehst, ne? Ich bin schon das Seil runter, aber ich... Warum? Wir sehen dich. Du bist jetzt an uns vorbei. Was? Du bist schon viel tiefer als wir. Okay. Dann geh ich wieder hoch. Ich hab nicht noch gesehen, ja. An dem Seil vorbei. Und dann war hinten der... Aber welches Seil war das denn? Wann haben wir das gesehen? Ja, da, wo du gesagt hast, lass mal hier oben weitergehen. Ach so. Dann sind wir weitergegangen und dann haben wir die Steigeisenwand gefunden und sind die Steigeisenwand weiter. Okay, dann gehen wir gleich zu dem Seil. Genau. So, also ich bin jetzt hier ganz... Ich bin jetzt wieder oben. Jetzt nach rechts. Nach rechts. So, ich brauch kurz Licht, weil ich sehe hier überhaupt nichts. Ich komm dir entgegen, nach Vandor, wo wir gekommen sind. Auf, da ist ein Loch, da musst du drüber hüpfen. Na, und weitergehen. Jetzt hier eine Wand. Weiter, weiter, weiter. Ja, ich kann nicht weiter. Hier ist eine Wand. Ach so. Ja, da ist... Warst du da nicht da vorbeikrabbeln irgendwie? Da ist... Da ist nichts zum Krabbeln. Wo war denn die Wand? Hier ist die eine Wand, wo wir runtergekommen sind. Ja, an der stehe ich jetzt. Da muss da noch irgendwo ein Spalt sein. Wo du durch musst, Zwiebel. Soll ich mal hochkommen, dich abholen? Ich komm schon. Ja, mach mal. Ich komm schon. Ah, okay. So, dann hol ich den noch ab und dann machen wir die Folge zu Ende, oder was? So is it. So is it. Du geil hast Spaß, ey. Ich bin... Ja... Nee, ich leb noch. Ach, der ist so dumm. Meine Leiche seh ich aber auch nicht mehr, oder? Ich seh die erst dann wieder, wenn ich auf dem gleichen Level bin. Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Nee, das siehst du ja erst, wenn du davor stehst. Das ist nur ein Rucksack, der irgendwo rumliegt. Aber den sieht man doch die ganze Zeit, oder? Weil Oberhörde schießt ja diesen Totenschädel, wo du eigentlich liegst. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die dich auch einfach komplett gefressen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du suchst aber schon da oben noch weiter. Also ich seh dich jetzt, ich seh dich jetzt gerade hochkrabbeln irgendwo, Brilli. Ja. Jetzt gleich oben. Schon ganz schön eklig mit diesen ganzen Tennisbällen in den Leuten drin. Ja, das sieht krass aus. So, jetzt bin ich hier. Wo die Seile waren. Warum die das machen? Dann geh jetzt hier weiter. So, Zwiebel, wo bist du? Ja, ich seh dich. Du bist jetzt quasi gerade auf meiner Höhe. Du bist über mir auf jeden Fall. Alter, jetzt macht doch mal diese scheiß Fackel an. Wieso bin ich über dir? Wo bist du denn? Bist du das Seil jetzt ganz hochklettert wieder? Warte mal. Wo bist denn du? Da bist du. Guck mal runter. Ja, ich seh dich. Guck mal runter. Ja, ich seh dich. Aber du musst hier hochkommen. Tja, wie soll ich denn da hochkommen? Du bist da runtergekommen. Hier ist das Seil. Ja, dann hoch. Ach da. Na, hier sind so Seile. Wir sind hier runter, weil diese Höhle kein... Doch, wir sind einmal an einem Seil runter. Das stimmt. Du, hier gibt es mehrere Seile. Und das Ding ist einfach mal brutal dunkel hier bei mir. Also, ich seh da echt nichts. Hm, komisch. Also, scheinbar ist meine Grafikkarte einfach so schlecht, dass sie die Dunkelheit nicht umsetzen kann. Ich seh alles, was ihr da oben macht. So, ich geh jetzt. Jetzt bist du beim Brilli. Jetzt läufst du beim Brilli hinterher. Ich seh das alles ganz genau. Das ist total... Dann hast du aber dein Gamma aufgedreht wie sonst was. Nee. Kann man hier Gamma aufdrehen? Wo ist denn das Gamma? Ach du Pimmel, ey. Du bist so ein Pimmel. Was denn? Ach nicht du. Kann man überhaupt gar kein Gamma verändern? Du Scheiße. Ich brauche hier noch ein paar Klotz, weil sonst habe ich hier keine... Achso, meine Leiche wahrscheinlich, wa? Okay. Hörst du schon wieder irgendwen? Ja. Oh, ich hoffe, jetzt habe ich meine Aufnahme nicht zerschossen. So, Zybi, jetzt musst du nur gucken, dass du hier runterkommst. Ja. Aber ganz... Ich versuch's mal, gucke, ob ich Damage kriege. Aber wenn man hier ganz an der Wand entlang geht, geht das. Also die erste kriegt man ohne Damage hin. Die zweite wahrscheinlich nicht ganz. So, wartet mal, wartet mal, bevor ihr runter springt. Ich guck mal. Okay, die zweite macht Damage. Viertel. Viertel? Nee, ich würde nicht auf der Seite runtergehen. Ich würde nicht auf der Seite runtergehen. Also mal die andere Seite. Der andere hast du nämlich wie so eine Art Hang, den du versuchen kannst, gerade runterzulaufen. Und dann kommst du gegenüber auf so einen anderen Berg. Lauf mal. Geht das? Nee, nee. Laut! Oh. Oh, jetzt bist du aber fast in die falsche Richtung gelaufen. Also da, wo ich runter bin, ist nicht so geil. Ein Viertel hast du Damage gemacht und ein Viertel hast du noch gehabt. Ich hatte voll und habe jetzt noch knapp unter einem Viertel. Okay. Warte, ich stelle mich unten hin. Vielleicht kannst du auf mich drauf springen. Ja, dann bist du tot. Ich spring jetzt einfach. Komm, probier mal. Probier mal. Da ist er! Na bitte. Voll rot bist du. Bist du auf die Augen, bist du komplett in dem Blatt oder was? Hier müsste dein Rucksack liegen. Ja, genau. Gut. So, wunderbar. Mensch. So, dann machen wir jetzt hier Folgenende, oder was? Jo. Ach ja, schön, 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 schön. Ist er bei dir auch rot angemalt? Ja, halt, warum bist du so? Bist du auf die Augen? Bist du auf die Augen ein bisschen weichst? Das sieht ja geil aus. Weil ich Farbe gefunden habe. Ich habe mich mit der Farbe angemalt. Ach so. Ja. Das sieht lustig aus. Ist so ein bisschen aus wie... Ihr seid übrigens Zwillinge, nur dass da eine rot angemalt ist, damit ich das auseinanderhalten kann. Das ist ja das Unterscheidungsmerkmal, genau. Okay, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr mich zurückgebracht habt hier euch da draußen. Vielen Dank fürs Zugucken und gerne auch normalen Informationen, wie wir hier weitermachen. Nö, bitte nicht. Doch, auf jeden Fall bei mir und bei Mene und nicht beim Brilli, der will es. Gerne, gerne in meine Kommentare. Keine Aktivität auf meinem Kanal. Ciao. Tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss.